Der Medizinpsychologe Götz Fabry auf dem Weg zum Hörsaal. Der Wissenschaftler hält seine Vorlesungen besonders nachhaltig. Denn er tut dies nicht nur für die Studierenden, die im Hörsaal anwesend sind. Er macht aus seinen Vorlesungen Videopodcasts. Ich stelle meine Vorlesungen ins Internet, weil die Studierenden dann die Möglichkeit haben, wenn sie mal nicht kommen können, aus welchen Gründen auch immer, die Vorlesungen noch mal anzuschauen im Netz. Und vor allen Dingen auch, weil sie dann die Möglichkeit haben, sich gezielt bei der Prüfungsvorbereitung zum Beispiel die Vorlesungen, selbst wenn sie hier waren, noch mal anschauen zu können. Den Videopodcast für die Studierenden können die Lehrenden ganz einfach realisieren. Zuerst muss die Kamera eingestellt werden. Die Kameraposition ist eigentlich fix, aber ich kann auswählen zu Beginn, in welcher Region des Hörsaals ich mich aufhalte und dann filmt die Kamera mich dort. Es kann natürlich mal sein, dass ich einmal aus dem Bild rausgelaufen bin und im Podcast dann mal für einen kleinen Moment nicht zu sehen bin. Aber darüber hat sich bisher noch niemand beschwert. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, klappt das ganz gut. Dann schaltet man per Knopfdruck die Aufzeichnungseinheit ein. Das System zeigt nach dem Hochfahren, was die Studierenden im Podcast zu sehen bekommen werden. Etwa links die Folie und rechts den Lehrenden. Die Bildaufteilung kann man über den Touchscreen ändern. Hat man sich für eine Einstellung entschieden, drückt man den roten Button am oberen Rand und die Aufnahme startet. So, herzlich willkommen. Wir können starten. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den noch erinnert. Vor einigen Jahren gab es mal diesen Fall mit den infizierten Sprossen. Alles auf dem Monitor kommt in den Podcast. Auch die Folien. Wenn ich jetzt hier irgendwas zeigen würde, was nicht in der Präsentation sein dürfte aus Copyright-Gründen und dann der Film außerhalb gesehen werden kann, dann ist das natürlich eher kritisch. Also insofern denke ich schon, dass man da nochmal drüber nachdenken muss, wenn man hier Sachen zeigt, die eigentlich Copyright-technisch nicht außerhalb so ohne weiteres verwendet werden dürfen. Das muss man dann nochmal klären. Ja, bitte. Genau, das Risiko in beiden Gruppen ist in etwa gleich. Wir sind nah an der Eins. Das Risiko in beiden Gruppen ist etwa gleich. Okay, so viel für heute. Dann vielen Dank und bis nächste Woche. Zum Beenden der Aufzeichnung wird wieder der Button am Podcast-Monitor gedrückt. So dann steckt man einen Speicher-Stick in die Buchse. Wenn der USB-Stick dann drin ist und alles richtig geklappt hat, dann wird mir hier angezeigt als Statusmeldung in Progress. Das heißt, er ist gerade dabei, diese Datei hier rüberzuschieben auf meinen Stick. Und 2,1 Gigabyte, das kann man sich vorstellen, das dauert jetzt zwei, drei Minuten, bis er fertig ist. Und dann wird hier eine Null angezeigt und das bedeutet dann mein File, meine Datei, mein Video ist sicher hier rüber auf den USB-Stick transferiert worden. Und ich kann ihn dann auch hier einfach wieder rausziehen und mitnehmen. Ein Podcast kommt ins Internet, wenn er vom USB-Stick auf das Medienportal der Universität hochgeladen wird. Die Studierenden freuen sich darüber. Ich finde, wenn man was verpasst, wenn man krank ist, wenn man nicht kann, aus beruflichen Gründen oder weil man irgendwie gerade woanders ist in Deutschland oder sonst wo, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man sich das mal nebenbei angucken kann. Dass die Punkte nochmal irgendwie weiterführend erklärt werden und dass man auch darauf zugreifen kann, ist ein großer Mehrwert, finde ich, den dieser Videopodcast hat für uns. Und noch eines. Ich schaue mir meine eigenen Podcasts auch manchmal noch an. Zumindest schaue ich da immer kurz rein und dann fallen mir vielleicht Sachen auf, die mir sonst nicht aufgefallen werden. Dass ich zu schnell spreche, dass meine Körpersprache ein bisschen komisch ist oder so. Oder dass ich immer an der einen Seite vom Hörsaal stehe und so weiter. Und ich finde das auch hilfreich, das ist so eine kleine Selbstkontrolle und man kann ja dann auch dadurch ein bisschen besser werden, wenn man sich mal ab und zu ein Video anschaut. An der Uni Freiburg ist die Aufnahme von Videopodcasts im Februar 2019 in 13 Räumen möglich, Tendenz weiter steigend. Die Podcasts werden nach der Vorlesung zur weiteren Verwendung automatisch auf einen mitgebrachten USB-Stick überspielt. Die Lehrenden stellen den Podcast im Medienportal ein. Dabei bestimmen sie, wer den Podcast sehen kann und wer nicht. Die Podcasts lassen sich auch auf der Lernplattform Ilias einbinden. So erhalten nur an der Vorlesung teilnehmende Studierende Zugriff. Der Medienservice der Uni Bibliothek und die Abteilung E-Learning am Rechenzentrum stehen den Lehrenden mit Rat und Tat zur Seite. Die ist aber auch Devon. Der Medienservice der Uni Bibliothek und die Abteilung. Der wesentliche Abteilung E-Learning war. D Unglärmlich sind die Abteilung der Uni Bibliothek und die Abteilung E-Learning für die Abteilung E-Learning. Die ist aber auch in der Abteilung E-Learning. Die Abteilung E-Learning kann man immerhin nicht nur auf den Böden einer bewegung angelassen. Das geht nicht, denn das ist aber in der Umland gar nicht verletzt.